hallo leute es geht weiter wir gehen jetzt einfach mal die zwei zahlen ein was 2013 und 1980 ja vielleicht ist das vielleicht kannst du auch nicht mehr da war nichts ich hatte aber mal hier das ist ja schon weg ich weiß es nicht aber es ist gut dass wir gerade eben zurücklaufen sonst hätte ich diesen Wackelsackel da gesehen 7.7 vielleicht ist das auch was 993 kannst du auch noch ausschreiben haben wir 3 kurz ich meine warum steht das dann sonst da ne damit wir schön was über die Berge von Arclay fahren ich lauf durch kaum ziemlich die Zeit aber ey was mal dieser Wackelsackel war der schon immer da gewesen? hm dieser Wackelsackel war der eigentlich schon die ganze Zeit da oder haben wir den ich könnte aber die ganze Zeit da ja ok da wussten wir noch nicht dass wir ihn zerstören müssen ok da wussten wir noch nicht dass wir ihn zerstören Prozent es kommt vielleicht gar nicht mehr im Kilo aber jetzt bestimmt noch ich kann auch von guter aber es ist nichts es hat sich es hat sich es hat sich kurz angewandt dieses Wackelsackel sie haben schon ziemlich gut versteckt wir können wahrscheinlich eine Statistik da brauchen wir Mr. Everywhere guck mal 8 Stück noch wer weiß wer kommt ja noch hm ich will alle von den zerstörter ich hab weiß ich weiß was hat nicht wenn das Ende kommt wäre echt schade wenn den nicht alle erwischen kannst du durchlaufen bis zum Ende hier ist nichts mehr ja ich guck trotzdem noch mal ob hier irgendwie ein item ist das wir übersehen haben weißt du weil teilweise sind die echt Shisha steckt aber wir haben gar nichts mehr ne von Munition haben wir echt gar nichts mehr fuck ach ähm ich glaube es ist mit dem Code hat sich so unterredigt war toll wir gucken doch gerade in der Hinscheid das ist ja das ist trotzdem ein Problem wir sind wir sind jetzt hingegangen den Trick nach hinten gehen ich muss das Passwort herausfinden das hat auch gedauert das hat auch gedauert das hat auch gedauert jetzt ist O'Kott im Haus nur Moni Moni? Aber wir können Medizin herstellen Sollen wir lieber Schwarzwurfe herstellen? Wir haben die Kiste, wir können theoretisch uns Pistolen machen 10 Schuss für solche Fallen Dafür ist der Flammenwerfer zu schade Medizin ist aber auch gut Scheiße, beides wäre gut Ich mach's lieber Weiß was? Scheiße, mach's das später, wir haben jetzt erstmal Zeit Doch, wer mit zwei Zwei Stück, ich mach jetzt einmal Medizin und einmal Munition Kiste Einmal Schwarzpulver Versuch direkt die Verbesserung zu machen Nein, wir haben nichts Rotes Guck's mal hoch Wir haben keine Rote mehr Das ist doof Ja Was passiert? Einmal das und einmal das Wie Was passiert? Das war ja jetzt grad voll betrieben, ich hab mal dagegen geschlagen Oh Gott Wieder auf Fallen aufpassen Ja, pass auf Was ist da, ich hab da oben an der Tür, siehst du? Ach da hinten, ja, 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 ist der noch hin Ich hab auf 3 gedrückt, ne? Du bist in den Draht gekommen. Nein, nein, er hat mich geschlagen. Aber ich hab auf den Schrotfilter gewechselt. Er braucht einfach viel zu lang zum wechseln, ne? Ich hab jetzt da hin. Ich weiß noch, da war nichts. Die Kiste noch? Ne, das ist was anderes, das ist Brennstoff. In der Kiste war nichts. Ja, aber jetzt haben wir statt diesen Ding noch was anderes bekommen. Die Moni hast du den ab selber gemacht? Ja, aber ich hab gerade andere Moni. Ich hab jetzt gerade Brennstoff den ab dazu bekommen. Das sind zwei schruttelten Schüsse reichen, er darf ja eigentlich auswählen. Ja, ansonsten hab ich noch den Flammenwerfer. Geht zum Teil rückwärts. Wenn ich was weiß, das ist ja schon früher. Ich muss den stört ein bisschen zu öfter. Der da ist. Alter, was? Was? Flammenwerfer. Ja. 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 Wieso? Der braucht zu lange. Die hab hier die Scheiße. Okay. Immer noch nicht. Alter. Was war's? Das Ding ist da auch mehr. Alter. Ja. Na, unser Leben, das... Keine Moni. Scheiße. Das ist auch nicht mehr die Pistole-Munition. Nein, weil ich hab ja das Ding jetzt auch gebraucht. Wir hatten gerade eben. In dieser Kiste war die Stadt. Dieser Flammenmoni war das Ding. Pass auf, das ist die Sprengfall auf. Du musst ihn wahrscheinlich runterhecken. Ja. find du das? Ah nein, ich hab doch gar nichts mehr. Oh, was auf! Ich bleib rechts. Oh nein, geht zurück. Oh nein, geh zurück, unter. Ich bleib rechts! Ich bleib rechts! das war das noch nicht das ist ein Fremdfall noch weiter und was genau vor mir weil da bist du zu nah da bist du ein weiteres ich mache es hinter wie viel hat der Typ hat er keine Freizeit vier Stück du willst mich doch ficken ey ja mehr Leben ist mehr Leben 8 Minuten haben jetzt insgesamt je mehr Leben ist besser ey jetzt haben wir wieder full life weißt du maximale Gesundheit erhöht und wir haben jetzt alles auf full life aber es war ja so klar dass das anderen auch noch ist ey das aber es ist die Ruhe Vorsicht vorsicht die Springfalle in zwei noch ne die hast du da in dem Gitter gesehen und das ist besser nicht zu vergessen oh nein die kannst du so umziehen die kannst du so umziehen die kannst du so umziehen das ist mit dem Leiter das ist zu was kann mit hier wir haben nur den Flammenwerfer anders kommst du da jetzt nicht mehr weiter nein ich hätte die Falle lassen sollen stimmt wenn wir sterben arbeiten wir mit den Fallen also wenn wir sterben arbeiten wir mit den Fallen wir sind der Kipfer bis zum letzten Mann du hast den Raum verlassen deswegen ist der da war noch eine kleine Gretel unterwegs also sollten wir sterben ja nur noch 24 mal was auch immer für die Flammenwerfer ja Kraut das ist schön ja ich hatte ja ich muss hier schnell vorbei durch wir haben nix zum herstellen wir haben nix zum herstellen Fick dich Lukas ey Fick dich da hat das ist aber ich mache noch einen Speicherstand ich mache noch einen Speicherstand ich mache noch einen Speicherstand neuestreiche neuestreiche ich bin ja auch gut zu dir ja gar nicht ich habe gesagt den Lernensort gar nicht wir hätten nur die Munition für die andere Waffe, dafür haben wir zu wenig Münzen Schießfolge haben, gehen wir weiter runter in der Hesse haben wir noch was für den Granatenwerfer ein Schuss, das ist äh der ist zu wichtig als den jetzt zu machen könntest du eventuell mit der Spielzeugachse versuchen den Brennstoff, was kann man mit dem Brennstoff nochmal machen? kann also nicht als Waffe was kann man mit dem festen Brennstoff machen? die Granaten, aber wir brauchen dafür diese rote Zeug das kann sich auch nicht zerkleinern hier mit dem Spaltenklau nein, das kann ich nur fertige Sachen, die ich schon gemacht habe dann gehen wir weiter und kommt in die Liste Pillen, Schatzfoto, Pillen brauchen wir auch wieder was für hier die Arben, Reparatursatz, Defekte, Pistole ja wir sind gefickt aber wir haben jetzt drei Schuss für die Flinte ja Moment für die Flinte kombinieren hm ich bin mal gerade auf Risiko, hau das recht klein was ich bin mal gerade auf Risiko, hau das recht klein mach die Kiste mach die Kiste ja okay wir haben ja gespeichert, wir haben ja gespeichert Krupp Krupp Flammbrenner oder ich glaube wir nehmen lieber Flammbrenner als Feuer äh Flammbrenner als äh Pistolenmonie ja Festbotsstoff haben wir haben wir ja Festbotsstoff ähm ich nehme lieber alles mit dem Vorfall und ich nehme Schließbotschläge mit nur für den Fall dass wir was herstellen können ähm und Brennstoff ja das war's mit dem Brennstoff Speicher naja mach jetzt ich will nicht speichern du musst jetzt nicht mehr rein zu den Schuss speichern ich darf auch wieder was das ist das ist das ist das ist ich schieße an die Welt auf Prozent so richtig kräftig ist das starke Moni machen ja guck dir das an egal das ist nicht gut das ist das ist ja nicht unsere Antwort das ist doch schon so ab ähm die starke Moni starke Moni schließlich mit der Pistole ne 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 wir haben 2 1 aus dem Vorsicht ist ja sie runter oh Gott ich sehe schon kommt das macht doch nicht so hoch oben war nämlich noch eine die sind noch unten liegen ah jetzt zieht die Batterie was war das? waren das wir oder? war das an der Zwecke noch? halt auch und dahinter soll ich es das ist ein Lautsprecher glaube ich verdammt ey ich mag das nicht eigentlich das ist ein das ist kein Sprecher das ist kein Sprecher das ist kein Sprecher das ist eine Seite da oben drauf das ist die Batterie ja ja was ist das da jetzt an der Wand? Sparen nicht nein das ist ein Lautsprecher ein Kraut äh wir haben das ist ein das ist ein das ist ein Oh Gott schon das ist gut das ist schlecht wir werden wahrscheinlich wieder gegen massiv viele Zoll bis zum Fischen Alte das Fick dich Ladies and Gentlemen Jungen und Mädchen Willkommen beim Scheinen Come insisted und bitte keine schmutzigen Tricks wir haben Wir hätten Granatwerfer mitnehmen sollen. Was? What? Wir haben keine... Wir haben nix. Wir haben ein bisschen was. Wir haben keine... Wir haben nichts zum Heilen, ne? Ja, ich... Ich kann doch nichts. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht... Du bist nicht... Lauf! 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 Ich versuch's ja. Dann kann ich laufen. Warte ab, bis das hier runterkommt. Was ist hier denn bei mir? Kannst du mir helfen, deine zu finden? Äh... Ich versuch's ja. Ich versuch's niemals. Ich versuch's ja. Da wird ein Aufmerksamkeit getrunken. Ja. Ja, ja es ist einfach... Ich versuch's ja. Ja, ja. Ich versuch's ja... Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Da ist so. Ich hab nix mehr! Wir brauchen noch einen Hit und wir sind am Arsch! Okay, viel Spaß in der nächsten Folge! Ja, toll, danke! Da wusste doch ich! Bis später Leute, tschau! Bis später! Bis später!